Hallo, ich bin's Nina von Sport1Sport. Ich mache heute ein Video, ja? Meins ist ein Hamster, Charlie? Er läuft jetzt heute hier auf der Bahn. So müssen wir machen. Mhm. So, gucken wir jetzt mal. Komm, Charlie, komm. Oh, Charlie, ach da. Ich pass mal lieber auf ihn auf. So. Wo ist er denn? Er ist auf der orangene Decke. Wir haben drei Decken. Wir haben auch hier so einen ganz riesigen Hund. So einen, ja? Er kann jetzt so rein und raus machen. Aber wir sind jetzt immer beim Hamster. Charlie, ich kann ihn jetzt in YouTube sehen. Nein, nicht abhauen. Ich kann ihn jetzt in YouTube sehen. Hm? YouTube. Gucken wir da runter. Charlie. Tschüss. Leute, ich mache hier Zweierabend. Mein Hamster hat sich hier so an der Foto ein bisschen verletzt. Ich mache hier Zweierabend. Tschüss. Ihr seht das Video im Fernen, im Kino, auch in YouTube. Überall. Ja. Und Trotro überall. Ihr wisst, naja, mein Bestand ist immer Trotro, weil es auch ein iPhone Trotro ist. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt bitte einen Daumen hoch und abonniert den Button. Jetzt sehen wir erstmal unser Hamster im Käfig. Er badet grad. Da ist er irgendwo. Da muss er sein. Da sieht er ihn. Ja. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt den Daumen hoch und abonniert den Button. Tschüss. Und dann? Können Sie denn dies vorhastrücken noch?